Mein Tipp ist Ö3-0, ASV Vizekool, U2-2. Wo geht es, ist oben. Das ist meine Lieblingsmannschaft wieder. Werder kann ja nun unheimlich drauf. Werder, ja gut, die haben ja drei Mittelsirme jetzt verkauft oder verloren oder wie auch immer. Das gewinnt Schalke 3-1. Die Mainzer haben ja auch einen Hauptsponsor jetzt aufgerissen. Da kommt ja auch wieder richtig Kohle zusammen. Und Ingolstadt, das haben wir auch in Pokral verloren. Ich glaube, das gewinnt Mainz 2-0. Die sind zwar auf Augenhöhe drauf, aber Darmstadt, kleines Stadion, guter Trainer. Ich nehme an, dass Darmstadt das 1-0 gewinnt. Auch wieder eine Truppe, die ich mache. Ja, guck an, das läuft ja immer weiter. Also Hoffenheim hat verloren. Die haben den Modeste verloren und auch den Brasilianer verloren. Haben natürlich viel Geld gekriegt, aber ob die Qualität reicht, weiß ich nicht. Und Leverkusen hat von uns auch wieder die Talente abgezogen. Also das gewinnt Leverkusen 3-0. Solange sie nicht diese 3er-Belastung haben, Augsburg, wird Augsburg gegen Herder 2-0 gewinnen. Das sind an sich so von mir Traditionsklubs. Das muss ein schönes Spiel werden, das werde ich mir wohl auch angucken. Das wird also, ich glaube, ich habe Gladbach gegen Pauli gesehen. Dortmund auch vorne schlecht. Ich tippe mal ein 2-2. Mein Typ ist Ö3-0. Aus Frau Vizeku. Die Ö2-2. Wo geht ist es oben? Das war das, ich möchte dir mal ein bisschen von oben, wo gefreu. But hier, ich gebe dir mal ein bisschen den Rally. Wo geht es los? Was war jetzt für mich? Für mich? Was ist es, weil wir jetzt die Rally-2.